Okay, dann gehen wir jetzt weiter nach Oldscastle, zur Burg des Grafen Bartholomeus. Du schätzt mich vollkommen falsch ein. Ich wäre ein hervorragender Gemahl. Ich bin allerdings bereit, dir deinen Fehler zu verzeihen, wenn du nun einwilligst. Dir geht es doch nur um die Ehre deiner Familie. Ich sollte dir vermutlich von meiner Mutter erzählen. Sie war ein fröhliches Mädchen, voller Freude und Hoffnung, bis sie meinen Vater heiratete. Er war kein schlechter Mensch, aber streng und kalt. Sie hasste ihre Ehe so sehr, dass sie daran zugrunde ging. Willst du damit sagen, dass du mich nicht magst? Bei dir dreht sich wirklich alles nur um dich. Die Gefühle anderer sind dir vollkommen fremd. Du bist plump und ungehobelt und kannst noch nicht mal richtig lesen. Was hast du erwartet? Du wirst deinen Fehler schon noch einsehen. Und dann werde ich nicht mehr so gnädig sein. Ich glaube, sie hat sich da gerade schon ganz richtig entschieden. Na dann, hoffen wir mal, dass der Graf wirklich Arbeit hat. Ja, bitte. Ich bin am Verhungern. Alfred, du weißt, was zu tun ist. Halt die Augen auf, bis ich zurück bin. Und Jungs, macht keinen Ärger. Ich geb mir Mühe, ich glaube. Soll Alfred die Augen aufhalten. Er soll nach Sachen gucken, die kaputt sind. Viele wissen gar nicht, dass sie ein Steinmetz brauchen, bis man sie mit der Nase drauf stößt. Papa könnte ihre Mauern flicken oder ihnen ein Haus bauen. Ein Mann kann ganz allein ein Haus bauen? Darf ich zugucken? Ja. Lern, was du kannst. Aber geh nicht zu weit, hörst du? Hm. Ich will doch einfach nur was essen. Ja. Reiß dich mal zusammen. Ein Brunnen. Hier holen Städte ihr Wasser. Ein Loch mit Stein herum, meinte Mutter. Ich wette, Tom könnte sowas auch bauen. Jack, pass auf. Sonst fällst du noch rein. Ich bin ja nicht doof. Sie ist an so vielen Orten gewesen und weiß so viel über das Leben. Nicht mal dieser Ort bringt sie noch zum Staunen. Ja, wir staunen da jetzt natürlich tierisch. Hallo, Jack. Warst du schon mal auf einer Burg? Nein, nein. Burgen sind sehr sicher. Räuber kommen hier nicht rein. Aha. Mama hat mir Geschichten über Burgen erzählt. Von Rittern und Prinzessinnen. Oh. Welche denn? Die von Tristan und Isolde. Sie haben einen Liebestrank getrunken und mussten einander drei Jahre lang lieben. Die kenne ich auch. Jack, glaubst du, dass es auf dieser Burg eine Prinzessin gibt? Es wäre so schön, mal eine echte Prinzessin zu sehen. Keine Ahnung. Ich war noch nie auf einer Burg. Ich weiß doch nicht, wie das hier tatsächlich aussieht. Ist das eine Burg? Sieht ganz anders aus als unsere Höhle. Ach, wat. Mehr wie ein riesiger Steinhaufen. Was ist los mit Mama? Sie wirkt so anders. Mal ist sie fröhlicher, mal grantiger als sonst. Wir fragen mal. Sei vorsichtig, Jack. Das Äußere eines Menschen kann täuschen. Der Ritter dort drüben zum Beispiel. Wonach sieht er aus? Wie eine Ente, wie ein kleiner Bär. Schau genau hin. Er sieht vielleicht harmlos aus. Und doch ist sein Handwerk der Krieg. Nur weil wir nicht mehr im Wald sind, heißt das nicht, dass es hier keine Wölfe gibt. Okay, ich werde drauf achten. Hier gibt es, glaube ich, nichts mehr. Achso, das ist... Rede ich mit Alfred? Ich glaube, das spare ich mir. Er sieht ein bisschen aus wie Tom. Aber ist doch ganz anders. Sind alle Jungen wie er? Nein, zum Glück nicht. Überquere den Hof. Machen wir das jetzt mal? Hier gibt es ja nichts mehr, ne? Nö, dann machen wir das mal. Die müssen so sein, sonst respektiert die doch keiner. Genau, die macht das schon. Ihr Bruder macht mir da mehr Sorge. Aus dem Feigling wird doch nie ein anständiger Graf. Zumindest weiß er, wie man Leute herumkommandiert. Interessante Gespräche hier. Ja, was für ein Rotzbängel. Okay, jetzt sind Gespräche vorbei. Gehe zurück, gehe zurück. Gehe den Wehrgang hinauf. Wir sollen Tom folgen. So viele Menschen. Was machen die alle hier? So weit weg von den Jagdgründen im Wald. Naja. Naja. Gut, das weiß er natürlich nicht besser. Ich hoffe, wir machen da jetzt keinen Fehler, wenn wir mit denen sprechen. Hallo, mein Name ist Jack. Sie antworten einfach mal gar nicht. Okay. Okay. So. Willkommen im Innenhof in einer neuen Session. Ich hatte eine kleine Zwangspause. und komme gerade leicht erkältet zurück. Ich hoffe, man hört es nicht zu doll. Aber... Ich muss gerade mal gucken. Ich gehe den Wehrgang hinauf. Ich überquere einmal den Hof. Gehe zurück. Ich war so schlau und habe mir die letzten zwei Minuten nochmal angeguckt. aus der letzten Aufnahme. Somit bin ich jetzt nicht ganz planlos. So. Und hoffe einfach, dass ich jetzt auch nichts vergessen habe. Achso. Hier können wir jetzt auch den Wehrgang hoch. Ist ja gut. Ihre Kleider sehen schwer aus. Wie können sie sich darin bewegen? Naja, die sollen ja auch schützen, ne? Steine so gerade wie Bäume. Und ein Eingang aus Holz. Wie seltsam. Naja. Naja gut, er kennt ja auch nichts anderes, ne? Da müssen wir jetzt auch mal ein bisschen... ein bisschen nachsichtig sein mit ihm. Okay, er schüttelt den Kopf. Da geht also nix. Ähm. Nein. Wirklich nicht. Wir stibitzen hier gar nix. Wir müssen nämlich unauffällig bleiben. Ah, zum Turm können wir auch. Er hat Haare wie ich. Hat er auch in einem Wald gelebt? Mal gucken, vielleicht ist er ja ein bisschen... Was willst du, Junge? Nein, ist er nicht. Willst du einfach nur rumstehen und glotzen? Na, von mir aus. Dann zeig mal, was du kannst. Hä? Rumstehen und glotzen? Bist du ein Ritter? Klappe. Reden gilt nicht. Okay. Ähm, das war jetzt irgendwie eigenartig. Wirst du bald kämpfen? Ich hatte gehofft, wir kriegen eine zweite Chance, aber okay. Warum fragst du? Na gut, ich will dir was verraten. Kannst du ein Geheimnis bewahren? Welche Farbe hat deine Kacke, Junge? Starren wir ihn an, oder? Sehr gut. Sieht so aus, als könntest du doch den Mund halten. Willst du wirklich wissen, was hier vor sich geht? Dann sag einfach die Worte, was ist dein finsteres Geheimnis, Catface? Der Typ ist total eigenartig. Was ist dein finsteres Geheimnis, Catface? Wohlgesprochen, mein Junge. Denn mein Geheimnis ist wahrlich finster. All die Männer hier bereiten sich nämlich auf etwas vor. Es ist für eine Sache, die man Treue nennt. Du musst wissen, dass diese Ritter einem Mann treu sind. Und der ist einem anderen treu. Und der ist dann noch jemand anderen treu. Einer Frau, der rechtmäßigen Königin von England. Für manche geht's bei Treue nur um Geld, Gunst und Macht. Aber für mich geht es um Vertrauen. Darum, wem ich für eine gerechte Sache bis in die Hölle folgen würde. Erhobenen Hauptes gemeinsam in die Hölle gehen. Das ist es, was die Welt zusammenhält, mein Junge. So, hast du mein kleines Geheimnis jetzt verstanden? Gut. Okay. Brauchst du einen Steinmetz? Ich? Naja, diese Zinnen könnten einen neuen Stein oder zwei gebrauchen. Aber davon abgesehen, ich verstehe nichts vom Bauen. Und ich will es auch nicht. Alles, was ich brauche, ist eine feste Mauer und etwas heißen Teer, um meine Feinde warm zu halten. Das erinnert mich an eine Geschichte. Willst du eine Geschichte hören, mein Junge? Ähm, ja, klar. Warum nicht? Scheiße. Na, damals in meiner Glanzzeit war ich auch ein ziemlich gerissener Hund. Einmal belagerten ich und meine Männer eine Burg. In der ersten Nacht wartete ich, bis alle schliefen. Dann nahm ich meine Brechstange und schwamm durch den Graben zum Wall. An einer Stelle war der Mörtel zwischen den Steinen herausgebrochen und man konnte ihn durchsehen. Also, was habe ich gemacht? Richtig, ich habe mit meiner Brechstange ein Loch in die Mauer gestemmt und bin hindurchgeschlüpft. Ein wahrer Held. Wenn ich sie dort treffen, wo es wirklich wehtut. Und das sind nicht immer die Eier. In diesem Fall war es ihr alter Brunnen. Ein ziemlich marodes Ding. Ein Tritt und die Steine fielen und verstopften den Schacht. Und von da an hatten sie kein Wasser mehr. Die kürzeste Belagerung in der Geschichte der Belagerung. Und nicht ein Trottel musste sterben. Und das alles, weil ich mir die Mauer genau angesehen und den Brunnen zerstört hatte. Ich dachte, Ritter kämpfen nur. Ja, ein echter Ritter macht so einiges, mein Junge. Okay. Wie hast du die Belagerung beendet? Das hat er doch gerade gesagt. Aber wirst du einen Ritter fragen? Ist jetzt auch irgendwie blöd. Einfach zu gehen finde ich jetzt auch scheiße. Ähm, eigentlich hat er das ja gerade erklärt. Wie hast du die Belagerung beendet? Ich habe nach einer Mauer ohne Mörtel gesucht. Und dann habe ich ihrem roten Brunnen eingetreten. Das war's. Okay, er wiederholt das jetzt einfach nur. Ich denke mal, das sollten wir uns merken. Dann gehen wir mal. Was für ein seltsamer Junge. Genau, ich bin seltsam. Da kommen wir nicht in Thor. Achso, das kennen wir ja schon. So, wir konnten hier noch irgendwo folge dem Wall. Genau das hatte ich vor. Ein Haus für Pferde. Das müssen gute Leute sein. Sie behandeln ihre Tiere wie Menschen. So, wo sind wir gerade? Ich kann uns nicht sehen. Achso, hier unten stehen wir wieder. Okay. Das hatten wir ja schon. Ich möchte einmal kurz gucken, wenn wir hier hinten hochgehen. Ah, okay. Dann sind wir auch hier. Kommen wir hier irgendwie rüber? Ich möchte nur einmal wissen, ob wir mit ihm hier sprechen können. Nö, wir können hier nur einmal ganz rumgehen. Ist ja auch nett, aber nicht unbedingt notwendig. Achso, wir sind schon wieder unten. Alles klar. So, dann überqueren wir nochmal den Hof und gehen zum Turm. Müssen wir uns ja auch mal wieder an die Arbeit machen, ne? Pass auf, wo du hinläufst, du Zwerg. Mach dir nichts draus, Junge. Das ist nur William Hamley. Er hat auf eine Prinzessin gehofft. Aber gekriegt hat er nur einen Tritt. Kein Wunder, wer so ein Arsch ist. Was hat er denn? Glaubst du, er hat was vergessen? Seine Würde vielleicht? Ihr scheint mir ein ehrbarer Mann zu sein, aber wir haben bereits einen Stellmacher, der Dinge für uns repariert. Dann vielleicht etwas anderes. Ich habe gehört, es gäbe hier alles Mögliche zu tun. Ja, aber leider nicht für einen Baumeister. In der Tat brauchen wir eher Leute, die einreißen können, als Dinge wieder aufzubauen. Nun gut. Na, das war ja nicht so erfolgreich. Wie kann hier der Graf? Das muss er sein. Sieht aus wie ein knorriger Baum im Winter. Okay, damit kann Jack jetzt natürlich nicht so viel anfangen. Wir hingegen vielleicht schon etwas mehr. Wir können ja auch nicht einfach hochlaufen. Also ich werde es gleich trotzdem tun. Aber ein kleiner Ritter. Er sieht nicht sehr stark aus. Vielleicht hat er auch eine Schleuder wie ich. Wir wissen nur, was im Süden passiert. Aber was Robert im Westen tut, wissen wir nicht. Gemeinsam kontrollieren wir also den gesamten Südwesten? Nicht vollständig, aber wir haben überall Kundschafter, die uns regelmäßig Bericht erstatten. Und nun Ruhe. Ich muss nachdenken. Kein Schritt weiter. Alles klar. Es tut mir schrecklich leid, Junge, aber die Lady Aljena empfängt heute keine Besucher. Die Lady Aljena? Eine bezaubernde junge Frau. Sie wohnt oben im Turm. Wie eine Prinzessin? Nun, nicht ganz. Auch wenn sie bestimmt eine wunderbare Königin abgeben würde. Derzeit ist sie nur die Tochter des Grafen von Shiring. Und das macht sie schon ganz gut, wenn ich das so sagen darf. Okay, da ist tatsächlich eine Prinzessin im Turm. Ich will die Lady sehen. Meine Güte, du bist ja genauso ungehobelt wie ihr letzter Besucher. Nur am Betteln und keine Manieren. Kann ich sie sehen? Darf ich sie sehen? Darf ich? Wie ich schon sagte, sie empfängt heute keinen Besuch. Okay, keine Chance. Zumindest keine Rüpe. Nicht nachdem dieser Hemley-Junge versucht hat, ihr schon wieder einen Antrag zu machen. Sie braucht jetzt etwas Ruhe. Nicht noch so ein glubscheugiges Ferkel, das sich für ein Baden hält. Und fang jetzt bitte nicht an zu singen. Hab ich nicht vor. Hemley? Ja, Percy Hemleys Sohn William. Jetzt ab mit dir. Okay, dann gehen wir jetzt mal. Betteln hat ja keinen Sinn. Mach dir einen wunderschönen Nachmittag. Wir sind in der Höhle aufgewachsen. Man darf von uns nicht allzu viel erwarten. Okay, hierüber können wir jetzt sprechen. Aber mit wem? Sprich mit mir, wenn du etwas willst. Nö, darüber brauchen wir nicht mit ihm sprechen. Ich frage mich, was die Leute über die Prinzessin denken. Letzten Sommer haben sie was im Kloster von Shaftsbury gebaut. Ich frage mich, was die Leute über die Prinzessin denken. Dann sprich sie doch einfach mal an. Komm schon. Bring uns was Leckeres. Der Bergfried ist direkt durch das Tor die Brücke hinauf. Du willst doch ein Ritter werden, oder? Das will ich aber nicht machen. So, ich gehe jetzt mal kurz zurück. Wo ist denn Tom? Folge Tom. Ich habe nur leider keine Ahnung, wo er jetzt gerade ist. In dem Turm da ist eine Prinzessin. Oh, weiß Martha das schon? Oh, ich will sie sehen. Ja, das wird nichts. Oh, ich will sie sehen. 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 Oh, ich will sie sehen.